Oma Erna spart, bringt ihr Geld zur Bank, da gibt es einen großen Spartopf, da wird das dann irgendwie gesammelt und dann gibt es Bäcker Lutze, der will investieren, dann geht er zur Bank und dann guckt die Bank in den Spartopf, alles klar, ist was drin, hier hast du das Geld. Oh, das ist, also für ein Mickey-Maus-Heft würde das reichen, aber für ein Verständnis von unserem Geldsystem eben nicht. Leider ist es so, dass auch verschiedene Bücher, die wir zum Beispiel in den Universitäten noch haben und verschiedene Vorlesungen, die wir in den Universitäten haben, leider noch auf diesem Mickey-Maus-Niveau sind, also wer zum Beispiel BWL studiert oder Erstsemester VWL, die kriegen sehr häufig das noch beigebracht, dass Banken so funktionieren und deswegen trägt sich das so weiter, dieses scheinbar intuitive Verständnis, nur die Intuition führt uns da in die Ere.